ja gut, da haben wir halt verkackt zumindest ich und die anderen, du nicht hei hei oh, du sagst, lucky bitch, du fucking lustig, okay penguin, du motherfucking noob warte, ich hab die Bombe willst du die haben, Slushy, oder? nein, ja doch, gibts nie ja, warte nu, treff ich dich? ja, nein, ich hab die falsche getroffen mp9 wirst du Waffen kaufen? ja, nein, vielleicht ja, hol dir mc10 mc10, ne, jetzt, okay, egal ne, kann ich nicht, egal, scheiß drauf so, warte Rush B wieder, oder? ne, einfach slow auf A und lasst euch nicht wegholen lasst euch nicht unnötig wegholen lauf doch hier rein lauf doch hier rein ne, haha mhm fast neben dir pinguin, come on will ich rausgehen? ah, man also, wenn du aus dem Haus raus, direkt unter diesem kleinen Dach da, direkt dort an der Ecke, kämpft er und wartet mit euch alle oh, scheiße hast du ihn bekommen? ja, nimm die M4, oder? oder, oder, oder? tu was uh, 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 schaffst das? uh, 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 sieht gut aus wettwerb, achso, da hinten leu, leu, leu oh, schade hast du aber die jetzt aber noch ey, nigger die sind so schlecht, man gotteswellen kann ich den rauswerfen? drück einfach F1 F1 nice, gut er wird nicht rausgeworfen, aber egal haha hallo, alter ohne Slushy hätte mich längst verloren alles, ey ist der behindert? will ich was kaufen? ja, warte mal lol ich bin der Beste, aber okay du verlierst die Runde, wenn du mich kippst da hat er Slushy aber recht, da hat er recht das stimmt aber ne, das ist wirklich so ich mein Slushy ist so, guck dich an, Alter hier 21 der hat doppelt so viel Killed wie jetzt 2 2 bist und was ist dein Rang? wie, wieder Slow of A, oder? ja, oh Gott, jetzt hab ich gar nicht aufgepasst, wohin wir gehen scheiße ja, und der Penguin ist wieder irgendwo anders ja, ich aber leider auch, ich hab mich jetzt auch verplant in der in der Richtung leider ja, verkackt äh B von hinten quasi, also hier, bei unserem, hier, bei CT spawnen war einer CT, CT, CT spawnen CT spawnen CT spawnen CT spawnen war einer, hat hab ich da weggeholt eb, Penguin, come on, don't pick only one ahh guys das ist er letzte? ja oh 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 such a new penguin and why you pick guys idiot man, jetzt haben wir zumindest ein bot man ja weil der eine getimed out ist, dann nur ein richtiger Lappen ok in die bot kann man ja spielen wenn man gestorben ist dann rushe ich am besten rein und nehm den bot, kill 1,2 Leute und dann nehm ich den bot ja genau so, würd ich sagen also ich nehm mir den bot eh nicht, weil ich das gar nicht, also es wäre für mich einfach nur ein verschwendeter spieler, ein verschwendetes leben so, wo, wo lang gibt es ein ziel? b was oder so? oder, oder, der bot hört nicht auf mich ne ne, aber ich meine jetzt generell der bot darf halt nicht sterben, ne, weil wenn der bot tot ist, kannst du ihn nicht mehr nehmen von hinten kommt einer, kann da, ne warte mal wo ist der bot, wo ist der bot, wo ist der bot, hab ihn da ist er noch nicht weg sorry guys was 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 hinter dir kacke ey wir sind drauf, war was machen die serious guys oh my god, so bad so bad team es tut beleid was man 12 14 ist doch kacke oh my god guys i don't need to win, ok? i don't need this du, du bist ja gerade bei deinem 2er count hier, ne? ja ah ok aber trotzdem, das demütigt mich trotzdem immer und ich will eigentlich eigentlich gut viel gewinnen ja klar guck mal, die sind ja, die spielen so kacke, aber die anderen lassen sich einfach so stehen nein, jetzt habe ich die AK gekauft, oh hier, ansonst gib mir die, oder? ah ne, die, die hab ich gerade bekommen von, von irgendwem, lol so dann ist gut, dann ist gut AK, ne AK kann ich mittlerweile echt nicht gut ganz easy guys nein nein boah er kam aus dem rauch, alter scheiße, ey schreckt man nicht einfach so hart B, wa? ich checke es wieder viel zu spät und ich checke, dass er an der Ecke steht, alter schießt auch noch ein oah, niedlich ja komm, hutsch crazy, den hättest du aber auch, das hätte was werden können ok, du bist der letzte gegen drei geil, gegen fünf ach du scheiße also das waren zwei vorhin was, 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 was er hat vorhin schon so viel Hits geschluckt von, von irgendwem er hat, ich habe ihm nichts gegeben da war doch Blut ich habe es doch gesehen ich habe ihn oh man brauchst du was, oder? ey, ich mach das gleich, brauche mein wir haben immer schon schneller mehr Ecke rum wir haben immer schon schneller mehr Ecke rum hm oh soll ich den Rauch schnell durch, oder warten? halt noch durch den Smoke hauen, ok oh Gott wir gehen bestimmt A wetten als wo wir B sind scheiße weh oh 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 Gott, okay, hat er hat er aber das ist irgendwie immer so, immer wenn ich mit dem anderen 2 der count spiele, bin ich so kotten schlecht, weil einfach diese Leute da kommt auch noch einer ich wusste es so mal legt der so scheiße vielleicht okay hast du einen Plan was der Plan ne wir sollten noch einen Plan haben wenn niemand auf mich hört aus diesem Team das war jetzt los aber vielleicht spielen wir mit Blackout nochmal dann bekommen wir wenigstens noch ein bisschen bessere T-Mails ein bisschen besser da ist die Bombe fallen es ist so gut ich gehe auf A oder? das geile ist ja manche lassen sich ja auf AK hochpushen weil sie dann denken dass sie bessere T-Mails bekommen ja aber wenn sie sich boosten lassen dann sind sie doch selber nicht besser und solche Leute bekommen wir meistens die sich hochgeboostet haben im Team und einfach nur dass Kotten schlecht sind ich verstehe dich ach machst du danach noch eins? oh der Rasmus fragt also hättest du Bock danach auf noch ein Game? ja boah hab ich ihn jetzt nicht ne weil der Rasmus macht er auf jeden Fall mit wahrscheinlich kann ich ja klar ok der hat bestimmt die TS-RP nicht ja wie lang geht die Runde noch circa? ja wir haben verloren 2-3 Runden noch also 10 Minuten sorry für meinen verkackten das tut mir unglaublich leid ich hasse es einfach weil bei so einem Teamspiel einfach weil wenn einer verkackt kann das schon alles zerstören ok jetzt ich und 4-3 spiele meistens nur alleine weil unser Team ist nicht wirklich gerade das beste und die kennen auch meistens Bots nicht naja ich mein klar jetzt ist es nicht jetzt ist es größtens teils auch der anderen schuld weil sie halt nicht das macht was du sagst aber trotzdem hier guck mal wenn wir jetzt so lau sind dann macht es mehr also es macht mehr Sinn ohne nicht mit Randoms zu spielen und wenn du halt ja klar es macht doch generell mehr Sinn wenn alle im TS hängen oder so oder nicht ja aber auch es ist blöder auch wenn wenn du jetzt höher ganz großes also so einen hohen Rang hast ne es ist scheiße wenn deine Leute noch Gold 2 oder so sind und einfach nichts Fisch bekommen einen hab ich bekommen Epic äh Kopfschuss auf Doom ey ha 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 oh lol die neue ist gerade 20 die neue ja die ist neu das ist die aus einer neuen Collection boah krass ja also schein also vielleicht teuer Statrak ist ja mit den Zahlen dann ne ja weil wieviel hat er denn wieviel hat er denn ach sieben kills hat er erst oh ho 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 der war präziser alter ja so eine Autoknift ist schon stark oder na sicher doch aber ich kann damit nicht umgehen ich kann es mal probieren wie heißen die hier ok danke aaaah Statrak ich hatte erst mal Statrak in der Hand ne wobei ich hatte schon mal einen empfehlen Statrak in der Hand glaube ich hm ja vielleicht wenn ich es echt welcher war gestern dein Kumpel äh keine Ahnung ich hab noch nie mit ihm gespielt CSGO ich hab generell ist voll lang her dass ich mal mit dem was gemacht hab Grenade ich hab mit dem Platzwagen ich hab mit dem Schmuck ich hab mit dem Platzwagen ich hab mit dem Platzwagen 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 Feuer Feuer Wohin hast du also oh oh gib mir die M4 alter scheiß drauf allein deswegen oh es war so oh es war so schlau die zu nehmen ohne Witz es war so richtig schlau die zu nehmen ich komm zu B ne ok ja boah ein Glück hab ich dir im 4 genommen ey ohne scheiß mit der SG hätte ich niemals erwischt hier sind Fischis wot im Poolbank äh im hier im Teich sind Fischis heftig was aber du meinst die Runde ist verloren ja ja 4 Runden 6 Runden müssen wir jetzt noch holen in Folge ah ok 5 Sonst wir könnten nur noch nen Draw sonst schaffen wenn er jetzt eine Runde holt und die lassen sich bestimmt gleich wiederholen die machen garantiert keinen First Pick oder sonst irgendwas Intelligentes Intelligente Intelligente Handlungen ich bin bei B ne oh fuck ein Glück gibt es hier nicht sowas wie Hitmarker ich bin allein bei B ist vielleicht dumm ne ich glaub wer hat mich behindert ich hab die Bombe scheiße ahhh das tut mir jetzt leid dass ich das jetzt erst seh ich geh zu A oder ja wenn ich irgendwo reinkomm wie viel vom Gegnerteam noch 4 oah 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 kann man hier irgendwie raus rein ne oah do I need guys library yellow left 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 thanks hab ich ihn oh 1 ab ist es 1 jetzt kannst du es reißen nachladen ist der da ne der war da ne ich weiß es nicht der war tot ach der war tot du hast die Bombe nack ich hab doch schon geschossen aber ich hab ich hab schon aimt ich habe schon aimt So, Fun-Round, Last-Runde-Fun-Runde, also Fun-Runde jetzt, ja gut, dann mach ich Deagl. Ich mach Duel-Bow-Rethys und Scout. Dann mach ich Deagl jetzt. Und dann mit ner Awe rumrennen, lol. Das hier die Decoy an unserem Spawn bringt so voll was, oder? Mh. Bringt so gar nichts einfach. Das weiß sogar ich einfach, dass es null Sinn macht. Komm, Deagl, auf geht das. Mh, Deagl zieh sie jetzt ab. Okay, und verkackt. Gut. Mh, ich geh einfach A, ich bin so ein richtig dämlicher Russe, ey. Mh, Wodka-Putin. Mh, Wodka-Putin. Mh, einfach Putin. Mh, einfach Putin. Was denk, läuft bei dir? Das ist n SSG, ja, ne. Daneben, ooooooh. Oh, 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 lol Oh, krass ja, die Duels, ne? Die machen nur scheiß Ammo-Schaden 17 in 1 Ich hab'n Skint bekommen, Mama Oh, shit Äh, nein Hauptsache, jetzt nicht mal raus, wer wir so verloren haben Egal, äh Ja, Freunde, das war ne Runde CSGO, ich werd's cutten In 15 Minuten Part wahrscheinlich, haut rein, bis nächstes Mal Tschüss Ja, ich hab'n, bis nächstes Mal